Eintracht Frankfurt steht vor der Verpflichtung von einem neuen Stürmer, denn laut dem nigerianischen Portal ongoalnigeria.com zufolge hat sich Frankfurt mit Paul Onuwachu vom KRC Genk auf einen Wintertransfer geeinigt. Der belgische Erstligist sei zudem offen dafür, den 2,1 Meter großen Torjäger im Falle eines entsprechenden Angebots zu verkaufen. Doch wer ist überhaupt Onuwachu und was macht ihn zu so einem interessanten Spieler für die Eintracht? Onuwachu, der mittlerweile schon 28 Jahre alt ist, kam damals aus Nigeria nach Europa und ging dann eben den Weg über Midtjylland zum KRC Genk, wo er seit 2019 die Liga zerschießt und auch aktuell Tabellenführer ist. Hier seht ihr auch mal seine Score-Statistiken seit der Saison 17-18 und auch diese Saison steht er wieder bei unglaublichen 14 Toren aus 18 Spielen. Betrachten wir dann sein Spielerprofil, so fällt einem bei dem Stürmer natürlich direkt seine Größe von 2,1 Meter ins Auge. Onuwachu ist auch dementsprechend Kopfballsteig, was somit seine größte Stärke ist, denn 5 der 14 Tore diese Saison hat er per Kopf erzielt. Dabei hat er keine sonderlich krasse Sprungkraft, aber die braucht er auch gar nicht bei seiner Größe, um sich gegen die Verteidiger durchzusetzen. Zudem hat er mit 84 Kilogramm eine enorme körperliche Wucht, aber ist eben nicht das, was man bei seiner Statur und Kopfballstärke erwarten würde, sondern er ist dennoch relativ schnell. Hier seht ihr auch mal noch seinen FB RefReport für die Europa League Spiele der vergangenen Saison. Man sieht hier auf jeden Fall viele progressive Pässe erhalten, also er kann auch gut in die Tiefe geschickt werden. Zudem natürlich die erwähnte Kopfballstärke, die Torgefahr, auch wenn er in dem Fall seine Expected Goals underperformed hat, aber generell nutzt er seine Chancen eigentlich ziemlich eiskalt. Und die Saison war so ein bisschen die Ausnahme, nämlich 21-22 war das, denn 2021 hat er 33 Tore aus 24,7 Expected Goals erzielt und in der aktuellen Saison steht er bei 14 Toren aus 9,8 Expected Goals. Also in der Regel erzielt er mehr Tore, wie es zu erwarten wäre von den Chancen, die er bekommt und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen für einen Stürmer. Gegen den Ball ist er zwar oft bemüht, allerdings erzielt er relativ wenig Ballgewinne, da es ihm im Pressing so ein bisschen an der Startgeschwindigkeit mangelt. Denn er ist zwar auf Strecke recht schnell, sein Antritt jedoch ist nicht ganz so stark, was ja aber natürlich auch zu erwarten ist bei seiner Füßes. Auch im Passspiel liegt nicht unbedingt seine Stärke, dennoch ist er sehr stark darin, die Bälle vorne festzumachen, abzuschirmen und dann halt eben auch seine Mitspieler abzulegen. In der Rolle gefällt er mir auch besser, wie wenn er jetzt die Tiefe attackieren muss und Läufe hinter die gegnerische Kette macht, was er aber natürlich auch ab und zu kann. Des Weiteren ist er trotz seines schwachen Passspiels und seiner Größe technisch nicht unversiert und geht auch öfters mal ins Dribbling, macht den ein oder anderen Übersteiger oder sonstigen Trick. Unuachu ist Rechtsfuß, sein schwacher Fuß hat bei ihm wenig Verwendung, aber fällt jetzt auch nicht extrem negativ auf. Aktuell beträgt sein Marktwert 15 Millionen Euro, auch weil er des Öfteren mal verletzt ist, kam es bisher nicht zu einem Transfer. Mittlerweile spielt er seine vierte Saison in Belgien und es ist schon ein bisschen verwundernswert, dass er noch nicht gewechselt ist, denn an Interesse hat es auf jeden Fall nicht gemangelt. Sowohl Dortmund als auch Arsenal und weitere Topklubs waren schon an ihm dran, aber es kam halt eben nie zu einem Transfer. 2021 forderte Gangt noch ein Mindestgebot von 20 Millionen nach einer zweiten, sehr starken Saison von Onuachu. Seitdem sind Jahre verstrichen, sein Vertrag geht im Sommer ins letzte Jahr, also bis 2024 und er ist natürlich auch älter geworden und mittlerweile 28. Daher könnte man ihn nun wohl für eine Ablöse um seinen Marktwert von 15 Millionen Euro herum bekommen. Das macht ihn zu einem interessanten Spieler für jegliche Klubs, die halt eben auf der Suche nach einem Knipser sind, der weiß, wo das Tor steht und nun scheint die Eintracht da eben zuzuschlagen. Aber hat die SGE überhaupt Bedarf? Und meiner Meinung nach schon, denn aktuell spielt Columohani als Spitze, seine Backups sind Bore, der wohl weg will und auch ein ganz anderer Spielertyp ist, und Lukas Alario, der den Erwartungen als ähnlicher Spielertyp wie Onuachu überhaupt nicht gerecht geworden ist. Ich hatte ja schon im Sommer er einen Wout Wechhorst anstelle von Alario vorgeschlagen. Mittlerweile spielt er bei Manchester United und Alario konnte bei Eintracht Frankfurt nicht überzeugen. Onuachu würde die Eintracht-Offensive angesichts der Dreifachbelastung um eine weitere Facette bereichern und auch auf einem angemessenen Niveau. So kann ich mir beispielsweise auch ein Szenario vorstellen, in dem Onuachu halt eben als Spitze spielt und Columohani dann eben eine Position zurückgezogen oder halt eben in einer Doppelspitze. So könnte Onuachu die Bälle vorne festmachen und dann halt eben ins Mittelfeld ablegen, von wo aus dann Kreativspieler wie Götze oder eben auch Kamada die schnellen Lindström, Columohani oder die Flügelverteidiger in die Tiefe schicken können. Natürlich müsste dazu eine aus der Offensive weichen im aktuellen System, aber man muss bei dem Programm ja ohnehin rotieren und dies stellt jetzt hier auch nur eine Option dar, denn auch ohne Onuachu läuft es ja aktuell sehr gut bei der Eintracht. Er sollte daher also, wenn er verpflichtet wird, nicht mit einem Stammplatz rechnen, sondern vor allem Einsatzminuten bekommen, wenn man gegen schwächere Gegner spielt, die halt eben tief hinten drin stehen oder wenn man in den Schlussminuten unbedingt einen Treffer braucht und ihn mit Flanken füttern kann. Das soweit meine Einschätzung zu einem möglichen Transfer von Paul Onuachu zur Eintracht aus Frankfurt. Was sagt ihr zu dem Gerücht? Würdet ihr ihn gerne in der Bundesliga sehen? Lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal!